Ja, hallo Freunde, willkommen zu meiner ersten Folge Landwirtschaftssimulator im Singleplayer. Ich habe von meinem Opa den Hof übernommen. Mein Opa, der kann nicht mehr so viel leisten, deswegen habe ich hier den Hof übernommen. Na dann, wollen wir mal weitermachen, ne? So, was brauchen wir denn? Wie sieht es bei unseren Tierchen aus? Aha. Wir fangen an. Wir nehmen uns den. Da haben wir uns den Prober hingestellt. Wir müssen das Feld grubbern. Da soll Gras draus. Wir brauchen Neues, alles Deklein. Genau. Mais draus. Zur kurzen Information, ich habe hier die Texturen geändert. Das ist die Karte Euro. Euro-Map. Neu erschienen ist. Hier ist die Karte Neue-Karte clubs. Das war ein Blatt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier holen wir den Helfer Igor dazu Mein Zeitarbeiter, der drüben noch mal das Feld, Gerste. Kann er jetzt da anhängen? Nein, kann er nicht. Der Igor muss mal das Felche abmähen da hinten, um Mischfutter herzustellen, beziehungsweise erstmal einen Ballenvorrat anzuschaffen. Lachen heute. Sinage. Das müssen wir sehen. Ich dachte jetzt die Frage, nehmen wir Rundballen oder nehmen wir... Ja. Wir müssen quasi Rundball nehmen. Wir müssen hierher kommen. Das ist ein Ding soll. Ohne den kann ich auch nicht anfangen. Unser Zeitarbeiter. Ohne. Spann mal an. Spannsang. Spannbar machineixes. Spannsang att πρέ criticieren. Spannsang at midst. Spannsangığ. Spannsangiot家. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ego ist weiter Ich bin hier noch ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020